Willkommen zurück hier bei Dragon's Dogma 2. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag. Ähm, warum seid ihr denn immer noch so angeschlagen und warum lag das hier und wieso? Das war das Spiel gerade, das lag hier. Ich schneide das nicht raus. Muss sehen, wie technisch kacke das spielt. Okay, jetzt so schlecht nicht, das war das einzige Mal, wo es so einen richtigen Freeze gab, ja? Aber wieso sind wir den anderen fast... Was ist das denn, bitteschön? Einmal weggehauen, bitte. Nicht da reingehen, Georgie, du wirst nur sterben. Ich glaube, wir sollten noch mal rasten, oder? Ich glaube, wir sind nicht gerastet. Wir sind letztes Mal, glaube ich, schon gerastet, aber nicht so sehr. Und jetzt noch das letzte Eisen. Mein Gott! Würdet ihr bitte herkommen, ja, so sieht es auch aus. Ich glaube, unser Erzmagier ist richtig hart. Ja, so machen wir das hier bei Dragon's Dogma. Willkommen, ich bin Zera und ich bin übermächtig. Hm, es war nicht der Erzmagier. Ne, wir haben seitdem einen neuen Erzmagier seit letztes Mal und irgendwie ballert der alles weg. Ich meine ja nur hier, wir können Georgie noch was geben. Wie geben ihr mal ganz viele Sachen? So, hier das ganze Erz, zum Beispiel. Die ganzen Pfeile können wir hier geben. Die können damit rumschießen, würde ich sagen. Hallo. Dann noch das andere Erz hier. Hier Golderz kriegt sie auch. Auch das hier vielleicht alles, damit wir mehr sammeln können. So viele Sachen, die dann ins Lager gehen und sowas. Wir können schon auch voll viel verkaufen, aber ich glaube, wir brauchen nichts verkaufen, weil wir so viele Sachen einfach haben. Auch Geldtechnisch, dass wir das erstmal nicht brauchen, oder? Ich meine ja, wir können uns dann ausstatten. Vielleicht kann man denn auch was herstellen. Wir müssen mal gucken, ob wir was herstellen können. Magische Medaille haben wir noch. Okay, das Tigerauge auch noch. Ein Schlüsselschreiben des Hauptmanns. Hier, das können wir auch weggeben, das brauchen wir ja nicht. Suchermedaillon und magische Medaille. Ein Metallfragment, das von einem Golem hinterlassen wurde, kann zur Verbesserung von Ausrüstung gebracht werden. Papien, Rauchzeichen. So, ich glaube, wir sind mehr als genug in Mittel und können jetzt wieder looten. Gereifter Uferfisch einfach. Die Sache ist auch, natürlich sammeln wir das hier. Wir können das hier sammeln. Ich möchte gerne rasten. Du kannst da rüber gelangen. Ja, aber erstmal sollten wir einen Lager aufschlagen, bitteschön. Wir sollten abends nicht hier lang laufen. Wir brauchen eh aber durch den Kampf gestern Golem und so. Sieht die nicht mehr so gut aus? Ich hoffe, das ist nur das Leben. Sie sieht noch gut aus, aber sie ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, sie hat nicht dieses... Naja, sie kann in der Nacht auch keinen umbringen, außer uns. Falls sie irgendeine Pest hat oder so. Nein. Wir haben nur fauliges. Ja, dann essen wir nichts. Dann können wir uns halt nicht heilen, oder? Dann brauchen wir ein paar Wölfe oder sowas. Oh, wir sind trotzdem, äh... Ja, wir haben trotzdem... Wir sind trotzdem geheilt. So, guten Morgen. Wir haben trotzdem geheilt. So, erstmal die Eier hier wegmachen, damit da keine neuen Echsen schlüpfen. Vielleicht gehört das auch zu irgendeiner Quest. Ich weiß es nicht. Wenn, dann haben wir sie jetzt schon mal erledigt. Wenn wir die irgendwo annehmen, sagen wir, oh, das ist schon passiert. Dann gehen wir mal hier hoch. Aber ich glaube, das ist nur der Weg, wo wir auch mal herkamen, ne? Wollen wir dann hier hinten noch mal rüber gehen? Das hier können wir noch erkunden, ne? Nun, lass uns da mal hingehen, glaube ich. Aha, eine Falle. Hört ihr das? Was ist das denn, bitteschön? Was ist das hier? Warum passiert das hier schon wieder? War das gestern nicht genug? Oh Mann. War das wirklich nicht genug gestern? Steinspalter. Ja, dann habe ich halt die Harpie getroffen. Ist auch gut. Oh, wir sind draufgesprungen. Das war gut. Darf ich denn mal auf deinen Korb? Bam. Voll auf den Korb. Kipp um. Ist ja umgekippt. Ja, ne? Wow. Das ist gut. Ja, los. Weiter. Mehr. Da bist du einfach runtergefallen. Egal. Fall wieder um. Fall um. Wir sind schon sehr stark, oder? Wir sind schon sehr stark, oder? Und noch ein Geräum. Am Kopf wäre vielleicht besser, aber George steht am Kopf. was? Achso, man kann sich festhalten, wenn das so ist, ja? Gotti, ich helfe dir. Ja. Was sag's dir? Sag's dir. Ja. Einfach den Hügelbrecher. Habt ihr es gesehen? Schuppt's ihn. Okay, dann war ich jetzt aufgeladen, den Hügelbrecher. Wir haben ihn nicht getroffen mit dem Hügelbrecher. Nochmal. Pass auf. Aufgeladener Hügelbrecher. Er ist in mein Schwert gesprungen. Aua. Mit Zeitmut. Ja, okay, gut. Das wär's jetzt vielleicht jetzt nicht. Wir haben ihn erfolgreich niedergestreckt. Wir brauchen ein bisschen Fleisch. Das trifft sich gut. Das ist leider schade für die, aber okay, gut. Gianna ist im Laufbahn, äh, Lauf... Dings. In der Laufbahn aufgestiegen. Das war cool zum Anfang, oder? So mal so einen schönen... Ja, ich wollte sagen, so einen schönen, schönen Troll schon mal erledigt. Riftstone oder sonst irgendwas, hä? Hab ich da was verpasst, oder was meint ihr? Ich mein, ihr habt da zwei Sachen markiert. Ich geh mir die kurz mal angucken, hier. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich brauche ein paar Bestienrippchen. Hm. Hier ist noch was. Koboldhorn. Und hier hinten habt ihr was markiert. Ja, was soll hier sein? Rolling Stones. Aha, 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 die Rolling Stones sind hier. Dann schmeißen wir das Konzert. Rolling, rolling, wollten was? Ja, meine Damen und Herren, das waren die Rolling Stones. Okay, ich höre jetzt auf. Da unten ist der Riftstein, den die meinten wahrscheinlich. Gebt mal nicht voraus, muss das hier aufheben. Das Alteisen, was wir hier mal liegen lassen haben in den letzten Folgen. Wir müssen aber noch da hinten drüber, weil da haben wir noch nicht das Rest erkundet. Was wir auch heute erkunden sollten, bevor es zum Ende neigt hier. Das hat uns der Troll wieder aufgehalten. Er sollte uns ja gar nicht aufhalten. Hier sind wir doch jetzt richtig, genau. Wir gehen jetzt nur diesen Weg lang. Nicht mehr nach unten, nicht mehr nach oben. Muss ich mich denn ständig holz? Ja, Menschen sind immer zu verschieden und jetzt red nicht viel und lass uns hier mal nachgucken, ja? Ja, da drin ist doch bestimmt wieder eine Falle. Ein schöner Wasserfall da auf jeden Fall. Ja gut, wir haben uns hier oben umgeguckt. Ich wollte mich oben umgucken, nicht dass da eine Falle ist oder sowas. Mal gucken, wo das hier alles hinführt. Wo gehen wir denn hier hin? Hier ist wieder so ein Stein, aber nirgendwo ein Troll im Weg oder so. Aufsprengen können wir das auch nicht, oder? Ja, vielleicht jetzt hier. Hier ist ein Ochsenkarren. Habt ihr den überfallen oder was? Reicht jetzt auch mit euch. Leck mit dir. Gut, das war's dann auch wieder. Ein Koboldhorn und so. Danke, meine Begleiter. Wir sind schon sehr gut. Ja, war sehr gut. Komm, klatscht ein. Und auch in den Chat einklatschen. Bam. Yeah. Also sind hier Ratten? Fauliges Bestienrippchen geben die Ratten, okay. Wer hätte es gedacht? Aber warum sind hier Ratten? Ja, kann man bestimmt verkaufen. Die fauligen Bestienrippchen, oder? Also ich weiß es nicht. Aber hier ist auf jeden Fall noch was zum Sammeln. Damit hätten wir das hier erkundet. Da hinten ist noch was. Warte mal. Kurz gucken. Nee, das ist das andere Ufer. Dann hätten wir hier alles erkundet. Hier kommen wir ja nicht hin. Kommen wir da oben irgendwie hin, um das zu erkunden von hier aus? Ich glaube nicht, ne? Kannst du das nicht vereisen? Auf jeden Fall geht das hier ziemlich weit runter. Wir kommen da nicht rüber. Wir werden sterben. Ähm, Georgi? Hä? Wer ist denn da reingeflogen? Ja, die Tentakel wollen wir nicht. Wir gehen wieder die Brücke rüber. Beziehungsweise könnte aufsprengen können wir das hier nicht, ne? Ich meine, wir könnten... Ne, wir haben nichts zum Aufsprengen, oder? Können gucken, ob wir irgendwas in die Luft jagen können, oder so. Kommst du da durch? Los! Anscheinend nicht. Wir haben auch nichts, um die Luft zu sprengen, oder? Was können wir alles kombinieren hier? Rinde einer Bergbuchen. Passiert nichts. Frucht-Roberan. Da passiert denn was. Was passiert damit? Mächtiges Rohberan. Oh, cool. Neues Rezept rausgefunden. Hackfleisch-Roberan. Können wir auch herstellen. Ja, aber das ist nicht das, was ich wollte. Was zum Explodieren haben wir nicht. Eine Wildheit-Extrakt, Stabilität-Extrakt. Dreschende Glut, verordnete Stille. Ne, sieht nicht so aus. Vielleicht können wir auch hier hochklettern. Vielleicht, zack, und dann geht's hier hoch. Und, ne, Spiel sagt, wir sollen hier nicht hoch. Gut, ich rutsche. Schade. Wo willst du denn hin, Georgie? Hier runter? Ja, da haben wir ja auch schon erkundet, ne? Da unten ist einfach nur der tiefe Wald. Oder kommen wir da hin? Ja, folge uns stattdessen. Hier ist der tiefe Wald, ne? Aber wir können hier nichts machen. Glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob wir hier was machen können. Aber hier sind, glaube ich, auch Felswände. Und wir kommen nicht weiter. Schweine sind hier. Die will ich jetzt aber nicht umhauen gerne. Mir ist was zum Looten. Aber sonst haben wir nur den Wald hier. Die Kobolde waren hier. Und dann war's das doch, ne? Ja, okay. Die Hacker sind hier. Auf Deutsch Hacker oder sowas. Hacker, Hacker, keine Ahnung was. Wenn man einen looten, steht das da vielleicht? Nö. Aber ja. Aber ja. Ja, das war ein verzögeltes Schlag. Hast du das gesehen? Bam! Habe ich dich doch erwischt. Da, Hackerhorn. Ich sag's ja. Zack. Oh, hi. Oh, hi. Ähm. Dann heute noch ein Minuthaus. Okay, vielleicht auch nicht. Ja, der ist ein bisschen härter. Wir sollten aufstehen. Steh auf. Georgie braucht Hilfe. Oh, guck mal. Ich bin saf. Ich bin saf. Danke, Rizze. Du musst nicht wсячen. Ja, wir schreien. Wir müssen hohen auf einer Zuverwösen. Die Maschine. Und die Maschine wird die Buurkoppel. Und die Maschine. Und die Maschine wird die Maschine durchgeführt. Ich bin auf die Maschine. Das ist ein gutes zu sehen. Also habe ich dasCs nessa. Ich habe mich. Ich bin auf die Maschine. Ich bin auf die Maschine. Ich bin auf. Ich bin auf die Maschine. DiPA? diese bitte gegen einen anderen nicht gegen mich ja brauchen heilung hey aber es war gut wir haben es gut versucht er ist nicht groß genug oder jetzt sagt mir nicht von hinten kommt noch einer ja rein in den kopf wir haben ihn voll mal zitiert und noch mal das war es die musik ich fühle mich wie bei attack verteilt ich weiß auch nicht warum ja den wald hätten wir auch erkundet heute ja dann zeigt mal hier waren wir ja eben schon zeigt mir diese mächtige schatztruhe und die ihr sprach müssen wir wieder die sachen hier georgie übergeben oder auch die trittiert ist wie auch immer die hat aber gute arbeit geleistet mit ihren erz magier voll cool nur kann sie auch heilen weil er sich nicht hat sie uns schon geheilt momentan noch nicht man braucht ja erstmal nicht wie die anderen vielleicht was wir hier alles wieder gefunden haben die 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 wollten wir uns dahin auf den weg machen ja ich weiß nicht auf jeden fall haben wir jetzt hier alles erkundet das heißt wir gehen wieder über die brücke und so ich glaube aber auch die folge ist gerade gleich zu ende das heißt wir werden ja wir werden hier rüber gehen und dann hier später dann hoch oder wollen wir da noch was mitnehmen warte mal ist man darüber gehen ok da knacken wieder die bäume also wir wissen nicht was wir da haben doch was wir noch erkunden müssen lager lager da waren wir schon hier nur dann gehen wir hier hinten zurück würde ich sagen ja bitte jagt uns nicht wölfe jagt uns bitte nicht wir müssen woanders hin wir waren hier schon mal was sind denn das jetzt wieder sind aber keine hacker oder hacker hacker vielleicht ich wollte da drauf hauen hacker horn doch sind hacker bleib stehen einmal getroffen dann sind sie aber auch ist hier denn noch einer oder was lasst short in ruhe ist der weit geflogen wie anders denn kommt mit leute ja wir brauchen eigentlich den heiler in der erz magia nicht heilen anscheinlich ist ja voll wir wollen euch nicht angreifen keine sorge wir wollen was anderes was sind das da oben das was gemerkt und hier noch zum kiefer die last ja aber wirklich was das sind hier geht da nicht rein der arme soldat tschüss also dafür können wir ja nichts ja nicht dafür das aber nett von ihnen die dame ich gucke mir immer gerne meinen begleiten war nicht von sammel ja ich war gerade gedanken dass mir so nein aber wir haben ja die wölfe verschlagen wollen wir doch weiter erkunden wie wir sind eigentlich um da ich müsste eigentlich sagen einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch sehen uns gleich in der nächsten folge aber vielleicht nehmen wir auch noch die hier mit vielleicht ist die erkundung dann auch oben und wir können morgens schnur strax was heißt morgen in der nächsten folge können wir dann in der nächsten folge schnur strax einmal richtig irgendwo gehen aber ich muss heute abend wieder noch streamen wenn ihr wollt 20 uhr 15 wir sind nicht im fern so um 20 uhr stream weil ich dann alles aufgenommen und hochgeladen hat so rum wird ein truder aus ja gerne heute samstag 20 uhr ja deswegen muss ich ein eigentlich jetzt auch hier müssten wir schluss machen aber wenn wir das hier zu ende vtf da ist ein drache habt ihr es gesehen ich will da nicht hin das sind zurück da lalala 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 den drachen sehen wir in der nächsten folge dann ja ok gut die nächste folge drache wenn er da noch ist ich wünsche euch einen wunderschönen guten tag und wir sehen uns wir werden mich jetzt damit zu essen machen gleich tschüss danke fürs zuschauen und gerne like da lassen dankeschön tschüss bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020